Hallo, mein Name ist Frank Hoffmann. Ich bin Schauspieler und Regisseur und ich unterstütze das neue Sternenhaus am Sterntalerhof. Wir bauen es für Kinder, die diese Welt viel zu früh verlassen müssen. Für Kinder und ihre Familien. Das neue Sternenhaus am Sterntalerhof. Alle Infos dazu finden Sie unter www.sterntalerhof.at. Sie sehen es hier hinter mir. Bauen wir es gemeinsam. Das würde ich mir wünschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017